Ich freue mich ganz besonders, dass du heute Zeit für uns hast, trotz Krankheit und gleich einem Auftritt hier im Unterhaus in Mainz. Vielen herzlichen Dank. Und seit unserem letzten Gespräch in Frankfurt ist ja wahnsinnig viel passiert. Also wir haben uns gesprochen Anfang des Jahres, da war gerade die erste Anstaltsendung gelaufen. Da war die erste schon vorbei. Und jetzt hat sich ja wahnsinnig viel bewegt seitdem. Das letzte Mal war es auch sehr zurückhaltend und hast auch gesagt, ja, also Kabarett ist ja jetzt nicht wirklich Aufklärung, aber wir tun unser Bestes. Kann man das nach diesen ganzen Schaubildern und alles, was ich da jetzt in diesem Jahr sehen durfte, kann man das dann noch behaupten? Nee. Kabarett ist natürlich, mein Gott, Aufklärung muss eigentlich von anderen gemacht werden. Kabarett greift ja Aufklärung auf und formt es dann und macht was draus. Aber wir haben tatsächlich diese altmodische Version der Aufklärung teilweise häufig im Programm und in der Sendung. Und erstaunlicherweise funktioniert das recht gut. Ich habe das vorher, das war auch gar nicht so, dass wir es von Anfang an gedacht haben, als ob das, das entwickelt sich im Laufe der Zeit. Und diese, diesen Erklärbären, wie ich es immer abgeschätzt, ich nenne an der Tafel, der funktioniert recht erstaunlich gut, um Leuten manchmal Zusammenhänge zu zeigen, die sie so vielleicht in der Form noch nicht bekommen haben oder von denen sie bis jetzt noch nichts wussten. Das macht Spaß, das ist gut. Also uns macht das Spaß. Natürlich gibt es solche, die sagen, weiß ich schon und dann erkenne ich schon, abwinken. Es gibt auch manchmal eine Sache, haben wir gemacht bei Amerika im Nahen Osten, das hat Volker Bispaß schon früher als wir gemacht und länger und genauer. Und letztlich eine halbe Stunde lang und wir haben das im Grunde genommen auf vier Minuten verkürzt. Aber es gibt manche Themen, zu denen will man eben auch was sagen, was Eigenes und dann macht man das trotzdem. Wie fühlt sich das an, jetzt so einen großen Erfolg zu haben? Also macht dich das zufriedener oder gibt es auch so einen gewissen Erfolgsdruck? Wahrscheinlich beides. Ich versuche da nicht allzuladen, darüber nachzudenken. Ehrlich ist tatsächlich die, am Ende des Jahres guckt man zurück, was man jetzt gemacht hat. Also das ist der erste Moment, wo man überhaupt, finde ich, Rezeption der eigenen Arbeit dann betreibt. Und ich finde, dass wir, was mir gut gefällt und was ich weitermachen möchte, ist, und das, glaube ich, wollen auch wir drei, die die Sendung machen und sich ausdenken, neben den vielen Helfern und fantastischen Regisseuren und Technikern, dass man immer ein bisschen überraschend bleibt. Also ich möchte ganz gerne, dass die Leute wissen, sie werden gut unterhalten oder zumindest hoffe ich das, aber nie genau wissen, was jetzt als nächstes passiert. Und das finde ich eigentlich am schönsten, das gefällt mir ganz gut. Ob es mich zufrieden hat? Ja, es macht mich schon zufrieden. Also am schönsten ist der Moment nach der Sendung, wenn das aufgegangen ist und man das Gefühl hat, das war so, wie man es sich vorgestellt hat und dann wie nach einem guten Fußballspiel. Also es ist wie nach einem gewonnenen Fußballspiel, wenn alle zusammengearbeitet haben und dann da kommt Freude auf. Ich bin jetzt mal ein bisschen so in die Zukunft, Zuschauerzahlen explodieren weiterhin und die Leute erwarten dann im Prinzip mehr Lösungen von dir oder wollen dann einfach auch, man braucht ja irgendwie immer jemanden, der die Richtung anzeigt. Und wenn die Leute sich jetzt wirklich hinter dich scharren, wenn das Volk nach dir schreit, wie weit wärst du denn bereit, irgendwie den Anführer zu machen? Dann übernehme ich die Macht in Deutschland. Wirst du unser König? Ich werde dann König und werde sinnlose Gesetze erlassen und werde es genießen. Ich habe die, zunächst mal muss ich dich leider enttäuschen, aber unsere Zuschauerzahlen gehen leider überhaupt nicht nach oben, sondern wir haben starke Probleme mit der Quote. Das heißt, nicht wir, das ZDF registriert sozusagen einen Quotenverlauf, der Ihnen nicht ganz so gefällt. Mir persönlich, also unter uns beiden, ich bin natürlich tief beunruhigt, aber wir machen das, was wir machen wollen und es schauen entweder genügend Leute zu oder sie schauen nicht zu. Es gibt auch für diese Form von Unterhaltung keine zehn Millionen Zuschauer in diesem Land. Das wird nicht passieren, da bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen muss ich mir über den königlichen Anspruch in diesem Land keine allzu großen Sorgen machen. Ich wäre ein sehr milder König. Ich würde mir das hübscheste Schloss suchen und da mit meinen Mädels im Garten spielen und der Rest wäre mir eigentlich wurscht. Da würde ich mir dann einen vernünftigen Verwaltungsrat suchen. Ich glaube, der Herr von Wagner, der ist ja schon adelig. Und ich würde sagen, Klaus von Wagner macht dann sozusagen den Regierungspräsidenten und ich bin nur so der repräsentative Grüß-August. Das würde mir ganz gut gefallen, so am Schloss. Der Gauk. Ja, ich würde nicht so viel dusseliges Teuk von mir geben. Hallo Ewald. Und ich würde nicht so viele pathetische Reden schminken, glaube ich das eher nicht. Aber so den Grüße-Onkel machen, aber nur am Schloss sozusagen. Also einmal im Monat fürs Volk und dann inkognito die Welt bereisen. Das letzte Mal im Interview hast du gesagt, wer sich vom Kabarett die Weltrevolution erwartet, sollte dringend an seiner Erwartungshaltung arbeiten. Und du hast da auch schon auf Pispas verwiesen, der viel schärferes, deine Aussage nach, viel schärferes Kabarett macht und schon viel länger. Aber dann sage ich mal, Christian Morgenstern hat gesagt, eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Rezipient oder der Zuhörer bereit dafür ist oder reif dafür ist. Ich habe schon das Gefühl, auch wenn die Zuschauerzahlen jetzt nicht hochgehen, was du sagst, die Menschen entwickeln sich, die sind schon ein bisschen reifer geworden. Da tut sich was. Was denkst du? Ich kann es ja nicht genau. Das ist eine schöne Hoffnung. Aber die Vorstellung von Morgenstern, dass man sozusagen würde bedeuten, dass man sich den Zuschauer sozusagen sturmreif schießt mit dem Kabarett systematisch. Ich bin auch der Meinung, dass wir genau das machen müssen. Die Vertreter der Wirtschaft und der Arbeitgeberseite postulieren ihre Sicht der Wahrheit. Immer wieder, ständig. Das wird gebetsmühlenartig wiederholt. Und ich befürchte, dass dieses Staying-on-Message, das müssen wir auch machen. Also man muss sozusagen die andere Sicht der Dinge immer wiederholen. So tapfer wie Volker das macht und dann über Jahrzehnte hinweg. Ob sich allerdings wahnsinnig viel zum Guten wendet, ich warne vor übertriebenen Hoffnungen, wenn wir uns jetzt anschauen in unserem Land, wie die Schere zwischen Arm und Reich einfach weitergeht, unbemerkt, ohne dass es auch irgendeinen großartig stören würde von denen, die da am Ruder sind im Land. Und was für ein Aufschrei in diesem Land passiert, wenn ein Ministerpräsident kommt, der plötzlich, für den die Unternehmensgewinne vielleicht nicht die allererste Priorität haben auf seiner Agenda, dann weiß man schon ungefähr, wie festgefahren das System ist, also hier Dinge aufzubrechen. Aber es ist schön, wenn sich vor allen Dingen junge Leute da ein bisschen politisieren lassen. Die sind nämlich politisch, wissen es vielleicht manchmal einfach nur noch nicht. Das ist das Entscheidende. Und dieses Gejammere vom Spiegel und anderen Publikationen darüber, dass die unpolitisch die heutigen Studenten seien und so, das kann sein. Aber ich halte das völlig ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es gibt Phasen, in denen man politischer ist und Phasen, in denen man weniger politisch ist. Und es gab immer Protest. Die gehen halt vielleicht, die drücken den Protest anders aus, eben bei ATTAC oder bei irgendwelchen Internetunterschriftenaktionen gegen TTIP oder wie auch immer. Ich bin grundsätzlich mal für jeden progressiven Ansatz, wenn er dazu dient, sozusagen die Leute zusammenzubringen. Auch wenn wir beide wissen, dass vieles von dem dann gleich wieder Gefahr läuft, unterwandert zu werden von irgendwelchen Kreisen, die man nicht haben möchte. Also kaum, wenn irgendwo die Bio-Landwirtschaft sozusagen Höfe zusammenschließend steht, auch einer plötzlich da mit der Mistkabel und sagt, das ist gut, es ist nicht ein deutsches Produkt, von deutschem Boden für deutsche Menschen. Aber trotzdem muss man es versuchen, klar. Nochmal auf diese Weihnachtsgeschichte zurückzukommen. Da ist ja auch wirklich so, da hast du am Anfang in deinem Solo so ein bisschen dieses, oh mein Gott, einmal wie alle fühlen, einmal irgendwie mit der Masse mitschwimmen und nichts mitkriegen. Ist das irgendwie das Glück der Unwissenden? Hast du manchmal wirklich das Gefühl, es wäre schön, irgendwie unwissend zu sein und glücklich konsumierend unter dem Glyphosat verseuchten Tannenbaum zu sitzen und weiß ich nicht, Glühwein zu trinken? Ich glaube nicht, dass das irgendeiner Ernsthaft fehlt. Weil das, was da rauskam, ist ja im Grunde genommen die Quintessenz. Eigentlich haben wir uns ja mit der Weihnachtssendung jetzt einen kleinen Rückschau erlaubt. Also manchmal auf die Themen, die wir erlebt haben. Aber auch die Figurenkonstellation, die sich bei uns beiden sozusagen, die herrscht. Der Herr von Wagner neigt mit seinem jugendlichen Idealismus ja sozusagen dazu, mich in den Wahnsinn zu treiben, indem er ständig irgendwie zum Beispiel den Ersten Weltkrieg nachspielt oder irgendwelche anderen Sachen macht oder den Ukraine-Konflikt als Musical interpretiert. Und ich muss dann immer darunter leiden. Und deswegen war die Voraussetzung für diese Sendung, das haben wir sogar vergessen zu erwähnen, dass er im Grunde genommen mich nicht in meinem Solo unterbricht und keinen albernen Aktionismus macht. Und deswegen wollte ich eigentlich nur da sitzen. Tatsächlich ist aber, das wissen wir alle bei dem Überfluss an Nachrichten, dann ist die für mich und für viele andere ist tatsächlich sozusagen, wirkliche Entspannung besteht darin, nicht am Informationsfluss teilzunehmen. Das kann aber natürlich nicht Ziel sein. Das ist klar, Ziel kann es nur sein, mit dem Informationsfluss so umzugehen, dass er einen nicht zermürbt und dass man trotzdem weiß, was passiert. Und man sich dann so kleine Oasen schafft, wo man sagt immer, heute mal nicht. Diese kleine Oase hatte ich am Anfang der letzten Sendung, wo ich gesagt habe, so jetzt. Das letzte Mal hast du auch gesagt, das ist der Satz, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, den ich mir manchmal auch selbst vorgesagt habe. Du hast gesagt, du machst dein persönliches Glück nicht von den gesellschaftlichen Verhältnissen abhängig, wahrscheinlich, weil du sonst irgendwie wahnsinnig werden würdest. Wann fängt das aber an, dass man das doch davon abhängig machen muss? Also wo, wann es anfängt, ich kann es dir nicht sagen. Es ist einfach so, natürlich ist es schwierig, weil wenn man als politische Bürger sozusagen mit offenen Augen versucht, durch die Welt zu laufen, dann gibt es Sachen, die einem so sehr stinken. Ich kann auch, ich kann das auch nicht hundertprozentig trennen. Ich versuche, mein persönliches Glück nicht davon abhängig zu machen, sagen wir es mal so. Ich muss vorsichtiger formulieren lernen. Hat alles auf die Goldwaage gelegt. Aber es ist, solange es von dir ist, ist es okay. Wenn die Anwaltskanzler anruft, muss ich dann wieder vorsichtig sein. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn ich die Nachrichten in den letzten drei Tagen aufschlage und mir anschaue, was Amerikaner so veranstalten, und ich will nicht wieder auf das Thema zurückkommen und ihn verteidigen, weil ich ihn wirklich für einen handfesten Autokraten halte, den Herrn Putin, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir uns gar nicht mehr vorstellen, was passiert wäre, wenn den Russen, wenn jetzt Berichte hochgekommen wären, dass die Russen in den letzten Jahren irgendwo im Ausland völlig ohne jede Völkerrechtsgrundlage Menschen auf die Art und Weise behandelt hätten wie die Amerikaner. Na dann viel Spaß. Wenn ich sowas lese, dann ist das Kaffee, der Frühstück ist vorbei. Das heißt, man muss, ich neige schon dazu, das tatsächlich auch ein bisschen zu timen. Das heißt, erst wird gefrühstückt und Tee getrunken mit der Familie und dann begebe ich mich auf die Ebene, auf der man sozusagen den emotionalen Rückschlag erlebt. Auch abends zum Beispiel, ich habe das Fest so, ich schaue, ich lese abends keine E-Mails mehr vor mir ins Bett gehen. Also das mache ich. Es gibt einen Zeitpunkt, ab dem herrscht bei mir Ruhe, weil sonst lese ich wieder irgendwas, was mich so aufregt, dass ich mir denke, ich muss mich sofort damit beschäftigen und das ist einfach nicht gut. Ihr habt auch gesagt, ihr recherchiert jetzt auch anders. Also ist das so, die ganzen Themen, die jetzt behandelt werden in der Anstalt, ihr recherchiert quasi beinahe wie so Enthüllungsjournalisten oder fast wie... Nee, also ist das nicht anders geworden mit der Recherche? Also wir sollten uns nicht so weit aus dem Fenster hängen. Wir machen die Sache zu dritt. Der Dietrich Kraus, der Co-Autor von uns, der ein hervorragender Journalist ist und der ja selbst für Monitor und andere Formate gearbeitet hat. Das heißt, der schon grundsätzlich journalistisch arbeitet. Aber es ist nicht so, wir haben aufgrund der Zeit, wir haben jetzt nicht die Zeit, mit Mikrofonen so wie du irgendwo hinzufahren und Dinge aufzuklären oder Leute zu fragen, um irgendwelche Statements zu bekommen. Das heißt, die Recherchen, die wir machen, beziehen sich auf das, was andere Leute schon herausgefunden haben oder auf Statements. Oder dergleichen. Zum Beispiel die Sendung zur FIFA basierte in weiten Teilen auf dem Buch von Kistner, von der Süddeutschen Zeitung, der diese FIFA-Mafia ein hervorragendes Buch geschrieben hat. Und so in der letzten Zeitende, die die Wirtschaftsweisen, die Nummer basierte in weiten Teilen auf dem Artikel von Herrn Hering, einem Journalisten, der für das Handelsblatt schreibt. Das heißt, wir schauen schon, was andere geschrieben haben und versuchen das, wie gesagt, kabarettistisch zu verarbeiten. Und wir haben natürlich eine Möglichkeit, dass es eigentlich die Chance, die wir jetzt haben. Und das ist das, was auf der einen Seite von vielen als toll empfunden wird, was uns freut, von vielen aber auch als störend empfunden wird, dass tatsächlich manche Informationen plötzlich im Mainstream landen. Denn wir sind ja Teil des Mainstreams. Ich sehe euch so ein bisschen als Maulwürfe. Ja, sagen wir es so, die Anstalt ist die Rache des Mainstreams an sich selbst. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, sozusagen auf einer Plattform für zweieinhalb Millionen Menschen etwas zu erzählen, was vorher von einem Journalisten sozusagen auf einer kleinen Seite irgendwo geschrieben hat und was tatsächlich empörend ist und was einen aufregen sollte, was aber von den herrschenden Medien nicht bedient wird, weil es dafür kein Interesse gibt oder kein Ressort oder kein Platz oder kein Geld oder wie auch immer. Du hast gerade vorhin schon die Armutsschere und soziale Gerechtigkeit angesprochen. Bei mir ist es so, ich recherchiere und arbeite gerade an einem Beitrag über den Mindestlohn. Und ja, also erst mal, was denkst du über den Mindestlohn? Gott, was denke ich? Also ich finde es gut, dass er da ist. Also ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat, selbst die Engländer und die Amerikaner auch. Also es ist ein bisschen albern letztlich, finde ich. Also es ist einfach, ich verstehe auch nicht, warum die Arbeitgeberseite und die, das ist ohnehin was, was mich ein bisschen, was mich wirklich umtreibt und stört, ist diese, die Überheblichkeit, mit der die Arbeitgeberseite und die Wirtschaftsfände bei uns seit einigen Jahren operieren. Und unverfroren auch. Es ist unverfroren, ja. Man muss es so sagen, es ist unverfroren, dass man sozusagen, man sowieso seit zehn Jahren, die Unternehmen haben, eine Gewinnbilanz, die sensationell ist. Aber man hat nicht, man hat dieses Gespür nicht mehr. Früher, ich habe so ein bisschen das Gefühl und ich möchte nicht dem rheinischen Kapitalismus das Wort reden, aber ich hatte schon das Gefühl, dass früher, wenn so Familienbetriebe waren oder Unternehmer oder so gesagt haben, ja und jetzt, wir haben gut verdient, jetzt sollen alle was daran haben, so stellte ich mir das vor. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber Naivität ist einer meiner ganz großen Vorzüge. Aber sobald der Hedgefonds beteiligt ist und Investoren geht es nur noch um den maximalen Profit und dann spielt alles kein andere, keine Rolle mehr. Und das ist diese Unverfrorenheit, die sich an den Bahnen bricht, indem man einfach sagt, ständig am Nutzen des Mittelstons zweifelt und nie auch nur mit einer Silbe erwähnt, dass natürlich die Kaufkraft auch gestärkt wird und damit natürlich auch der heimische Absatzmarkt gestärkt wird. Das ist für uns Deutschen natürlich nicht so wichtig, weil wir ja Exportweltmeister sind und weil wir ja immer alles irgendwo hinverkaufen. Aber solche Argumente finden einfach nicht mehr statt und es hat einfach keinen Respekt gegenüber den Leuten, die ich für mich arbeiten lasse. Es ist ja nicht so. Der Begriff, das war glaube ich auch schon wieder Volker, der es als Erster erwähnt hat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind ja völlig auf den Kopf gestellt. Ja, absolut. Ja, ich denke manchmal, das hat auch mit den Strukturen zu tun. Also in einem Familienunternehmen, da kennt man den Mitarbeiter noch, da muss man dem möglicherweise auch im Vorbeigehen zumindest mal in die Augen gucken oder sowas. Das hat am Anfang auch ein bisschen was mit Verantwortungsgefühl zu tun. Das ist klar, ich glaube ab 3.500 Mitarbeitern gibt es jetzt dann auch keine. Das ist ja wahrscheinlich auch noch ein mittelständischer Betrieb. Großer zumindest, der würde wahrscheinlich auch dann nicht mehr jeden Einzelnen kennen. Aber es ist tatsächlich, es ist eine gewisse Unverfrorenheit, mit der alle Forderungen, und ich meine die Lohnentwicklung in Deutschland ist doch bizarr, verglichen mit allen anderen Ländern in Europa und überall, das ist da lächerlich. Absolut, also es gab auch Forschung dazu, also da gab es auch mal eine ganz gute Doku, das heißt, die hieß The Corporation, wo also wirklich nachgewiesen wird, dass so Firmenstrukturen, die sich dann bilden, im Prinzip, dass es psychopathenmäßig ist. Also, dass da keine Menschlichkeit einfach mehr drin ist und dass es daran liegt. Was mich irgendwie stört an dieser Mindestlohnsache, ich bin natürlich auch für den Mindestlohn, das kommt mir aber einfach so scheinheilig vor. Also, wenn sich dann Nahles da hinstellt und sagt, für soziale Gerechtigkeit und man soll wieder von seiner Arbeit leben können und tralala, und dann sind das 8,50 Euro hochgerechnet, 40 Stunden Woche sind das 1.360 Euro. Das heißt, wir sind noch genau unter dieser 60-Prozent-Grenze des mittleren Einkommens, wo man sagt, die Leute werden auf jeden Fall Altersarmut erleiden und hat überhaupt nichts mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Ja, diese Scheinheiligkeit ist das Problem, oder? Ja, Scheinheiligkeit ist es. Ich glaube, es ist ein desaströser Zustand der SPD. Das darf man nicht vergessen. Die SPD befindet sich ja in einem Zustand, ich habe das in meinem Programm auch ganz kurz drin, dass neulich einer der linken Seite der SPD zugeordnet wird. Und der hat vor kurzem gesagt, es sei die Überzeugung und die Haltung, dass es neben der SPD keine linke Partei im Parlament geben sollte. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie viel Stechapfeltee muss man morgens zum Frühstück zu sich nehmen, um die SPD heutzutage ernsthaft noch mit dem Begriff links in Verbindung zu bringen. Die SPD ist keine linke Partei. Und zwar schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Und der Arbeitnehmer wird von der SPD regelmäßig verarscht. Und dieser Mindestlohn hat so viele Ausnahmen und er wird so wunderbar umgangen werden. Und er ist auf so niedrigem Niveau, dass er, wie gesagt, tatsächlich, wie du gesagt hast, keine Rolle spielt. Die Leute, die so ein Gehalt bekommen werden, der dient ja eigentlich nur letztlich dazu, grob sittenwidrige und meiner Meinung nach rechtswidrige Stundenlöhne im Friseurgewerbe oder anderem zu verhindern. Die könnte man auch anders bekämpfen, indem man die Arbeitgeber oder die Unternehmer, die sowas zahlen, einfach vor ein Kadi zehrt oder so. Aber weil die das selbst niemals ändern werden, Stichwort Unverfrorenheit, macht man das eben dann so und das ist dann, das Ergebnis ist immer nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich finde, wir haben auch das riesige Problem, dass überhaupt der Niedriglohnsektor so weit ausgebreitet worden ist. Also mit den Hartz-IV-Gesetzen ging es im Prinzip erst los. Und wie gesagt, also wenn man da länger drüber nachdenkt, ich bin da jetzt irgendwie schon seit ein paar Wochen dran, dann kommt man auch auf so ganz andere Ideen und sieht, gut, also all das, all die, die jetzt betroffen sind, das ist alles zu automatisieren, das wird wirklich innerhalb der nächsten zehn Jahre, wenn man sich auch die Innovationen und die Technik und so weiter anguckt, das war mein Bericht, den ich vorher gemacht habe, da kommt man zu ganz erschreckenden Erkenntnissen und sieht, also innerhalb kürzester Zeit, jetzt in nächster Zukunft, werden ganz, ganz viele, also wirklich 50 Prozent der Menschen im Niedriglohnsektor überhaupt nicht mehr gebraucht, weil es automatisiert wird, weil es Maschinen machen und so weiter. Und dann kam ich wieder auf die Idee dieses bedingungslosen Grundeinkommens, wo ich eigentlich gar nicht unbedingt die Verfechterin bin, aber langsam ist dieser Gedanke bei mir dann jetzt doch so weit gekeimt, dass ich denke, also eigentlich ist das gar keine schlechte Idee, wir bräuchten eigentlich angesichts dieser, diesem wirklich eklatanten Wegfall von diesen ganzen Arbeitsplätzen, bräuchten wir eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen und gleichzeitig eine Maschinensteuer für die Maschinen als Schwarzarbeiter. Was denkst du dazu? Maschinensteuer gefällt mir sehr gut. Bedingungsloses Grundeinkommen weiß ich noch nicht genau, kommt halt mal drauf an, muss man sich mal mit beschäftigen und in der öffentlichen Diskussion zerren. Und die Frage ist ja der Finanzierung, also wie wird sowas finanziert, auf die Beine gestellt. Von der Maschinensteuer wäre eine Idee. Nee, ich befürchte nur, leider Gottes, dass sowas bei uns immer nur angedacht wird, indem man das sozusagen über den sozialen Sektor finanziert und das Geld dann wieder woanders spart bei anderen Leuten, die es auch bräuchten. Also ich weiß es nicht genau, aber du hast natürlich recht, diese ganzen, die technische Entwicklung, das wird nicht wirklich einbezogen und da findet auch keine großartige Diskussion statt. Jeder zweite Arbeitsplatz ist ja angeblich leider eine Umfrage, die ich irgendwo gelesen habe in der Welt oder so, von Digitalisierung bedroht. Und dem muss man sich irgendwo mal stellen. Also das, wo geht es hin, was passiert in der Zukunft allerdings. Und das dürfen wir ja nicht nur Leuten wie Matthias Horx überlassen, weil dann gibt es wieder einen Vortrag, der kostet den unter den Veranstalter, den lustigen, keine Ahnung, 20.000 Euro und wir sind alle hinterher genauso klug wie vorher, wie wir es immer sind bei Vorträgen von Herrn Horx. Ja, wenn wir diese Entwicklung jetzt angucken, sollten wir dann für die Zukunft einfach mal die Frage stellen, welchen Fortschritt wollen wir? Ja, also die Frage hat Precht gestellt in einer seiner Sendungen, glaube ich, oder er wurde auch in einem Interview bestimmt, er wurde befragt auch zur Industrie 4.0, wo es da um diese ganze Automatisierung geht. Wäre das nicht irgendwie mal der Ansatz, weil im Moment tun wir einfach alles, was wir technisch können, was irgendwie funktioniert, wird gemacht. Müssten wir da hinkommen zu fragen, was wollen wir und kann man überhaupt diesen Fortschritt aufhalten? Kann man diese Frage überhaupt stellen, was wollen wir oder können wir uns dagegen nicht stellen? Wird das so weitergehen? Wir müssen ja die Frage erstellen. Also es gibt ganz bestimmte Fragen, die werden vermieden. Ich muss sagen, ich stelle sie jetzt auch nicht, wir haben sie in der Sendung auch nicht gestellt. Das liegt daran, dass sie zu wenig wissen. Das ist auch nicht vielleicht unsere Aufgabe. Aber tatsächlich sollte man sich damit beschäftigen, wo es hingeht und auch dieses normale Arbeitslohnsystem, dass wir da so haben, wie lange das noch gut gehen kann. Und ich befürchte, es wird immer, immer, immer weiter driften, dass wir sozusagen eine weite Schicht haben von Leuten, die Elendsarbeit verrichten und dann Maschinen und dann gibt es ein Fünftel der Bevölkerung, das angenehm davon leben wird. Und ob das die Zukunft ist, ist mir ein Bild, keine Ahnung, aber man muss das diskutieren, das ist richtig. Nur ich bin viel zu müde und viel zu erschöpft nach den letzten drei Wochen, um auch nur ansatzweise irgendeine Idee zu entwickeln. Ich hätte eine Idee für euch. Ihr könntet doch in einer der nächsten Sendungen tatsächlich mal über das Geldsystem an sich als Grundlage des Kapitalismus sprechen. Das ist ja jetzt auch in einer breiteren Öffentlichkeit, sage ich mal, diskutiert, ob man den Zusammenhang jetzt unbedingt möchte oder nicht. Aber das Geschick wird sein, so ein Thema, wenn man so ein Thema aufnimmt, es kabarettistisch zu verarbeiten, ohne Reflex zu bedienen von der rechtslastigen Struktur mit dem Begriff Zinseszins sozusagen immer bedient werden, weil wir dann immer sehr schnell in die antisemitische Ecke rutschen. Und das passiert ohnehin relativ schnell. Ist es nicht schade, dass man, wenn man den Zins kritisiert, dass man dann automatisch in diese Ecke geschoben wird? Natürlich ist es schade, weil der Zins ist ja nicht jüdisch und es ist auch nicht so, dass jeder Banker jüdisch ist. Und es ist so, dass mir persönlich völlig egal ist, woran ein gieriger Mensch glaubt. Es ist mir völlig egal und ich sage das auch immer, ein Programm Toleranz bedeutet für mich, alle Religionen gleich zu verachten. Das ist nicht die, 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 aber es ist so, dass wir, wir haben so Totschlagargumente im Moment und hysterische Reaktionen, die dazu führen, dass ich grundsätzlich, wenn ich Amerika kritisiere, immer sofort, Amerika-Kritik ist gleich Antisemitismus. Weil Amerika sozusagen die enge Verbindung Israel, du weißt. Und mir persönlich ist es relativ wurscht, weil ich es für albern halte. Ich finde, man kann über sowas wie den Folterbericht der Amerikaner durchaus sprechen, ohne das Existenzrecht Israels infrage zu stellen. Und ich halte den Antisemitismus, der in Deutschland grassiert, auch für unter aller Sau. Aber es ist schwieriger geworden, weil tatsächlich manchmal schlagwortartig jemand sofort in eine Ecke gerückt wird. Das geht über die sozialen Netzwerke sehr viel schneller als früher. Und man muss immer so Worte wahnsinnig abwägen und mir liegt das gar nicht so. Ich bin eigentlich jemand, der ganz gerne, ja, vielleicht hat es deswegen nicht geklappt bei Jura, aber ich neige tatsächlich dazu, eher einfach mal zu sagen, was mir so durch den Kopf geht. Und das ist in heutigen Zeiten eher ein Nachteil. Genau, also es ist schwierig, dass man genau in diese Ecke gerückt wird, aber trotzdem ist doch das Geldsystem an sich, jetzt mal vom Zinseszins nehmen wir den mal ganz weg, dann sagen wir einfach mal Geldschöpfung bei Geschäftsbanken durch Bilanzverlängerung. Also dieses System denke ich schon, also es ist auch meine Meinung, müsste nicht nur bei euch thematisiert werden, sondern ist quasi die Grundlage von ganz, ganz, ganz vielen anderen Problemen, die dann im Prinzip darauf aufbauen. Ja gut, aber das ist ein grundsätzliches System. Das heißt, die Frage ist, inwieweit unterstellt man dem Kapitalismus oder den Leuten, die da am Ruder sind, Planungsstrategie und Absicht bei sowas. Ich glaube, dass es einfach häufig, häufig, einfach natürliche menschliche Gier ist, die sich sofort pflanzt. Also ich glaube, dass auch die Unternehmen, die jetzt keine Steuern zahlen, das sind alles Leute, die gehen zu einem, die sind von ihren Investoren und von den Shareholder-Value sozusagen losgeschickt worden. Und sie sagen, pass auf, wir haben eine Gewinn von 10 Prozent, wir wollen 12, mach mehr, mach das irgendwie. Und dann suchen die sich PricewaterhouseCoopers oder irgendwelche anderen und dann sagen sie, pass auf, Sie zahlen Steuern, ist das Ihr Ernst? Gucken Sie mal, unsere anderen Sieben Mandanten zahlen keine. Das ist gar nicht unbedingt, die machen, was legal ist. Und man muss eben die rechtlichen Rahmenbedingungen weltweit ändern. Dann wird es halt schwierig natürlich, das ist klar, weil man irgendwelchen Leuten ins Handwerk pfuscht, aber man muss es trotzdem versuchen. Kann die Politik überhaupt noch sinnvolle Gesetze erlassen oder Regulierungen wirklich erlassen? Also da ist ja der Lobbyismus so stark. Aber man muss es ja versuchen. Natürlich ist der Lobbyismus extrem stark, das ist klar. Aber das Einzige, was sich immer internationalisiert, sind die Gewinne, die schlechte Arbeitsbedingungen, die Steuerfreiheit für Unternehmen. Das ist das Einzige, was international prima klappt. Aber Arbeiterrechte, gemeinsame Mindestlöhne und dergleichen, die Internationalisierung hinkt immer massiv hinterher. Und das ist das, was man vorantreiben muss auch. Aber wenn wir sagen, das System insgesamt ist falsch, dann frage ich mich immer, wenn wir innerhalb dieses Systems was verbessern, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es so oder es wird so gemacht, wie es im Moment ganz normal der Fall ist. Es wird Zeit gekauft. Die Leute werden ein bisschen beruhigt, werden ein paar Krümel hingeworfen und es geht weiter. Oder aber, das finde ich ganz spannend, man perfektioniert dieses System dadurch, dass man darin rumrührt und es probiert zu verbessern und macht es dann sozusagen perfekt falsch. Das ist doch auch nicht das Richtige. Also gibt es überhaupt einen Weg um die Revolution und den Systemumsturz herum? Ach Gott, ich bin im Moment viel zu müde, um Revolution machen zu können. Ich brauche noch 1,4 Kilo Lebkuchen, bevor ich wieder an Revolution denke. Adorno hat gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn man über den Satz kurz nachdenkt, wird einem aber ziemlich schnell klar, was genau ist eigentlich das richtige Leben? Und wer legt das fest, den Begriff? Und was haben die Umstände heute noch mit richtigem Leben zu tun und mit falschem? Und ob wir dieses System perfektionieren, das ist tatsächlich, das ist vielleicht eine Gefahr. Auf der anderen Seite nützt es auch nichts, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, wenn ich was tue, mache ich es vielleicht noch schlimmer. Sondern man muss gegen die Missstände jetzt angehen und das, was einem stinkt, jetzt sagen. Und denn die Leute, die für 4 Euro oder 5 Euro im Friseurgewerbe gearbeitet haben und jetzt nicht mehr arbeiten, denen tun wir damit keinen Gefallen. Wenn wir sagen, du, so ein Mindestlohn, das ändert auch nicht wirklich existenziell was. Du hättest zwar 3 Euro mehr in der Stunde, aber wir machen dadurch das System perfekt da. Also ich glaube, man muss es trotzdem versuchen. Wir müssen, man kann ja schauen, welche Folgen das eigene Handeln hat. Manchmal ist es natürlich auch schwer abzuschätzen, das gebe ich schon zu. Wenn das mit dem Königwerden nicht klappt, wie sieht es aus? Jetzt hatte ich eine Vision in der letzten halben Stunde, habe sie entwickelt und habe währenddessen mich schon gesehen auf meinem Schloss mit Haufenweise, mit Kistenweise, Chateauneuf de Libocris und feinstem Essen. Und jetzt machst du es mir wieder weg, ne? Ne, nicht. Mein nächster Vorschlag ist noch mindestens genauso ansehnlich. Wie sieht es aus mit Auswandern? Also hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Auswandern? Ja, wenn das hier wirklich immer... Auswandern ist eine gute Idee. Wohin? Also wenn dann irgendwo, wo es guten Wein gibt, Südtirol oder so, aber da ist natürlich, da leben so viele, da ist eine wunderschöne Natur, aber auch so viele wahnsinnig konservative Reaktionäre. Auswandern ist, also auswandern sollte man nicht als Flucht, außer es wird lebensbedrohlich, dann sollte man dringend auswandern. Aber... Ja, ich habe das jetzt im Rahmen so einer drohenden Künstlerverfolgung so, wenn das jetzt so ein bisschen weitergeht die nächsten Jahre. Das sind aber schöne Bilder, die du da malst. Ich glaube nicht, du misst auch Künstlern zu viel Wert bei, glaube ich. Ich glaube, dass die Arbeit, die wir machen, nicht so viel Effekt hat. Wir werden natürlich von den großen Tageszeitungen geflissentlich ignoriert jetzt schon das ganze Jahr. Das machen sie sehr schön. Kann man ihnen eigentlich nicht... Da muss man sagen, gute Arbeit. Wenn es mal passiert, wie in der Frankfurter Rundschau jetzt, so vor drei Tagen, dann werden wir stichwortartig sozusagen auf einen eingedroschen. Und es liegt da so schwer neben der Kappe, dass man sich immer denkt, oh Gott, wie anstrengend muss daraus sein, absichtlich was nicht gut finden zu wollen. Aber die Arbeit der Künstler, glaube ich, ich hoffe mal nicht, dass das gefährlich wird. Also ich gehe mal nicht davon aus. Und ich wüsste aber schon, wohin ich auswandere. Verrätst du das? Ich war noch nie da, aber meine Frau schwärmt so von Neuseeland. Ah, gut. Dann weiß ich ja, wo ich euch finden werde. Noch eine Frage. Gibt es irgendwas, was du dir vorgenommen hast? Jetzt fürs nächste Jahr oder für den Rest deines Lebens? Ich bin 47 Jahre da. Man macht sich keine Vorsätze mehr fürs nächste Jahr mit 47. Man hat 46 Jahre lang erlebt, dass das nicht funktioniert. Also dass gute Vorsätze am 4. Januar schon kaum mehr präsent sind. Also insofern, ich hoffe mir, dass wir nächstes Jahr ähnliche acht Sendungen hinlegen wie dieses Jahr. Das würde mich freuen. Und dann ein bisschen weniger Auftritte. Das ist das, was ich mir wünsche, weil ich einfach zu viel gemacht habe die letzten zwei Jahre. Also ein bisschen mehr Zeit für dich auch? Ja. Vor allem für die Familie. Und wenn du irgendwann mal dann so in 150 Jahren ungefähr auf dem Sterbebett liegst und zurückblickst, was möchtest du nicht vermisst haben? Oder gibt es ja dann doch noch was Großes, was du vorhast? Soweit denke ich nicht. Ich glaube auch, dass tatsächlich viele Dinge überschätzt werden. Und ich bin auch nicht der Typ für manche Sachen. Ich habe noch nie, vielleicht kommt es noch, vielleicht bin ich noch nicht in der Midlife-Crisis. Ich hatte noch nie das Gefühl, ich muss dringend auf irgendeinen 7000er hochsteigen. Und von da, und zwar natürlich nicht selbst, also so wie die Manager das heute machen, die sich mit dem Hubschrauber bis zum zweiten Basislager pflegen lassen und dann nur noch die letzten 150 Meter bei schönem Wetter angehen und dann Bilder von sich selbst auf dem Mount Everest machen. Aber auch das Bedürfnis habe ich noch nie. Wie auch so Handyhalter jetzt? Da gibt es jetzt so, schon mal gesehen, ja? Ja, das ist sehr gut. Und das, also ich hatte nie so Dinge wie ich muss jetzt da unbedingt, ich muss die Antarktis durchqueren, ich muss da hin oder so. Vielleicht kommt es noch. Und wenn, dann werde ich es wahrscheinlich über das Cabriolet machen, über den Sportwagen oder so, mit dem das einen plötzlich dann, wo man vermeintlich 20 Jahre jünger wirkt, indem man rumfährt. Das ist ja das Gegenteil, der häufig der Fall ist. Nee, gibt es eigentlich nicht, kann ich nicht. Es gibt keine Ziele, die ich da, wo ich sage, oh Gott, das muss ich aber unbedingt machen. 1000 Dinge, die man tun muss, bevor man auf dem Sterbenbett liegt. Ist das ein schöner Buchtitel? Die gibt es wahrscheinlich schon, oder? Nee, die gibt es tatsächlich schon. Bevor man bestirbt, 1000 Dinge. Was steht da so drin? Was muss man unbedingt machen? Ich glaube, da stehen wahnsinnig viele Reiseziele. Adoptiert werden zum Beispiel oder so. Das wäre doch mal was, oder? Ja. Also Sache zum Beispiel, da würde ich auch von Angelina Jolie adoptiert werden. Aber ich befürchte, ich bin da, aus dem Alter bin ich raus. Aus dem Alter bin ich raus. Ach, man kann nicht alles haben. Dann kann ich nur sagen, ich wünsche mir auch für nächstes Jahr mindestens acht solche Sendungen. Ist das auf acht reduziert, beziehungsweise begrenzt? Nicht neun? Ihr habt doch das letzte Mal irgendwie im Februar angefangen. Wir haben acht Sendungen. Es gab noch eine Ausweichsendung, eventuell einen Ausweichtermin im Sommer, mitten in den Sommerferien, wo wir aber gesagt haben, acht Sendungen sind auch gut. Lass uns mal lieber nur acht machen, weil mitten in den Sommerferien braucht man jetzt auch keinen Ausweichsendung. Es könnte also sein, dass wenn König Fußball regiert und eine Sendung aus irgendwelchen Gründen ausfallen muss, oder dann wären es nur sieben. Aber es sind acht Sendungen geplant und schauen wir mal, wie die verlaufen. Aber wo Fußball, da war doch auch was dieses Jahr. Also was sind denn die prägnantesten Sachen, wenn du zurückblickst auf das Jahr, was dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Ist das so eine abgestürzte Maschine, so eine MH17 oder an was denkst du, wenn du die Ereignisse quasi des Jahres nochmal Revue passieren lässt? Das ist schwierig, weil man tatsächlich, wenn man als politische Kabarettist arbeitet, dann vermischt sich das. Ende des Jahres sollte man zurückgucken und ich glaube, dass die herausragenden Ereignisse sollten persönliche Dinge sein. Im eigenen Leben, also in wunderschöner Zeit, die man mit der Frau verbracht hat oder mit den Kindern oder irgendwas, was der Tochter gelungen ist oder irgendwas. Wenn man sich viel mit Politik beschäftigt, vermischt sich das so ein bisschen. Für mich sind tatsächlich, also die Sachen in der Arbeit sind schon auch dabei, also diese acht Sendungen waren Highlights für mich dieses Jahr, keine Frage. Es gab auch manche Nummern, über die ich mich jetzt noch diebisch freue, muss ich ehrlich sagen. Also diese eine Nummer, schwarz-weiß im Bunker, das ist tatsächlich eine Nummer, die ich gucke mir unsere Sendungen eigentlich in der Regel nicht mehr an hinterher, weil ich einfach ständig sage, oh Gott, was sagst du da? Oh Gott, wie betonst du? Oh, furchtbar. So selbstkritisch? Ja, schon ein bisschen, aber es geht gar nicht um Perfektion, darum geht es nicht. Es sind manchmal wirklich Anfängerfehler, die man dann teilweise macht und das ist das dann wirklich ärgerlich. Aber so ein paar Sachen habe ich mir angeschaut und ich finde, diese Bunkernummer ist uns ziemlich gut gelungen und wenn uns davon eine Nummer nächstes Jahr gelingt, dann ist es auch schon was. Absolut. Also ich wünsche mir unbedingt, dass es so kritisch bleibt bei euch. Am Ende der letzten Sendung hast du gesagt, ihr Kabarett ist gefährlich, aber doch friedlich. Bleibt gefährlich und friedlich und der Kabarettist wünscht sich, dass er gefährlich ist, aber sagen wir mal so, gewaltfrei auf alle Fälle. Aber eine Sache habe ich noch vergessen. Ich möchte euch noch mal gratulieren für den Sieg gegen Joffe. Also ich glaube, da hat auch niemand sonderlich darüber berichtet, nachdem ihr da das Netzwerk von den Journalisten aufgedeckt habt. Also herzlichen Glückwunsch für den Sieg vom... Darum ging es uns ja an. Ich, Joffe, war nur vielleicht einfach unvorsichtig genug da, die juristische Keule rauszuholen. Vielleicht hat er sich einfach ein bisschen in seiner Eitelkeit gekränkt gefühlt. Alle anderen waren ja klug genug, es nicht zu tun, Frankenberger und Cornelius und dergleichen. Das ist auch nicht so. Es gibt tatsächlich... Ich habe auch schon wieder irgendwo hören, Leute, sowas passiert nur im Netz, glaube ich, dass man dann sagt, ja, das sei... Also der Prozess gegen Joffe sei auch schon wieder antisemitisch, weil Joffe irgendwie jüdische Familienwurzeln hat oder so, was ich eigentlich nicht weiß und was mich auch nicht tatsächlich nicht interessiert. Ich weiß, das hat gar nichts mit Arroganz zu tun. Mich interessiert nicht, woran einer glaubt. Aber dann siehst du, wie schnell das sozusagen ist. Das eine hat mit dem anderen überhaupt, aber wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber die Keule wird sofort rausgeholt und es wird sehr weit gesponnen. Mich hat das... Was mich gefreut hat, ist, dass das ZDF hinter uns gestanden hat und dass der Justiziale Rechtsanwalt vom ZDF hervorragende Arbeit gemacht hat und tolle Schriftsätze gemacht hat mit einer großen Leidenschaft. Und das finde ich, das hat mich wirklich an der Sache gefreut. Und wir gehen ja auch nochmal in Berufung wahrscheinlich, weil es gibt ja zwei Teilstücke gegen Herrn Bittner. Einen haben wir gewonnen, einen haben wir verloren. Und den zweiten wollen wir auch. Wir wollen ja den kompletten Freispruch und mal schauen, wie das läuft. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg und herzlichen Dank. Ja, gerne.